Ich lerne Deutsch. Nummer 9117 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich werde es mir gleich genauer ansehen, aber ich glaube nicht, dass es mir gefällt. Ich werde es mir gleich genauer ansehen, aber ich glaube nicht, dass es mir gefällt. Dieser Absatz muss überarbeitet werden. Wir brauchen eine neue Formulierung. Dieser Absatz muss überarbeitet werden. Wir brauchen eine neue Formulierung. Dieser Absatz muss überarbeitet werden. Wir brauchen eine neue Formulierung. Wenn du die Voraussetzungen erfüllst, kannst du dich bei deiner örtlichen Feuerwehr bewerben. Wenn du die Voraussetzungen erfüllst, kannst du dich bei deiner örtlichen Feuerwehr bewerben. Wenn du die Voraussetzungen erfüllst, kannst du dich bei deiner örtlichen Feuerwehr bewerben. Ich weiß wirklich nicht, was ich tun soll. Vielleicht kannst du es mir sagen. Ich weiß wirklich nicht, was ich tun soll. Vielleicht kannst du es mir sagen. Beim Verlassen des Gebäudes bewerfen die Hochzeitsgäste das Paar mit Reis. Das soll Glück bringen. Imker tragen dazu bei, die Bienen gesund zu erhalten und zu schützen, damit sie auch in Zukunft für uns da sein können. Imker tragen dazu bei, die Bienen gesund zu erhalten und zu schützen, damit sie auch in Zukunft für uns da sein können. Es ist wichtig, den Ressourcenverbrauch zu reduzieren, um die Umwelt zu schonen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren und gib uns bitte ein Like. und dann können Sie die Beautiful-Programm an, im Grund zu schonen. will dein Ressourcenverbrauch zu leben. Begezen die Abflanzung.